Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Heute gegen... ...Players. Sieht es dir an? Das ist mein Vertigo B-Meld. Wir werden gut B spielen. Ja. Das Licht ist aufgegangen. Gleich gegen Players. Wir müssen warten. Für die Schuhe. Er bringt die Schuhe, erinnert ihr? Da sie sind. Da sie sind. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Du musst jetzt stehen lassen. Da sieht die Kamera. Was denn? Das ist ein Käse zum Wein. Käse zum Wein? Kennst du das noch? Das kommt doch genau aus deiner Generation. Eigentlich nicht. Kennst du Wayne? Kennst du auch Esther? Kennst du noch Wayne? Waynes Schwester? Er ist aber schon sehr schlecht, Waynes Schwester. Er ist auch. Also playing in this video or in the other? Okay. 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 Big tactical timehouse. Oh. Oh, you already have a tactical timehouse. Huh? You already play. Ja. Ich komme nicht. Okay. Okay. Die Stimmung ist gut. Oh, das sind Sie? Boah. Ja. Was war Regel Nummer eins nochmal? Ich habe vergessen. Könnt ihr mir helfen nochmal? Was ist Regel Nummer eins? Regressen, ne? Regel Nummer zwei ist Toy-Side zu spielen. Ja, genau. Dann sind wir auf der gleichen Seite. Zum Glück. Die dritte war, man redet nicht über den Fight Club. Noch ein paar Früchte oder sowas? Erstmal nicht. Nee. Alles klar. Ja. Hey, komm Kleiner. Wieso ready? Warum? Gar nicht. Es stimmt nicht mal ready. Fünf Minuten zu leise. Ich bin bereit. Genau. Du machst doch ganz gut einfach so und dann nochmal so. Niklas. Hast du gerade bei Niklas so gemacht? Okay. Einfach Spaß haben. Sie zeigen, was wir können und dann gewinnen wir diese Spiel. Ja? Und auf drei schreiben wir diesmal nicht Boden, sondern Big. Ja. Das ist stark. Finde ich schön. Ja. Du machst kaum noch. Okay. Drei, zwei, eins, Big! Ansonsten schießt mir die um, wie er auch schon meinte. Genau. Ganz kurz nochmal Refreshment News, okay? Wir haben in der Theorie eben schon besprochen. Es wird sich irgendwie ein bisschen anders anfühlen. Aber geht einfach in euch, wie es aussah wirklich in der Theorie. Es wird eins zu eins gleich aussehen. Und wie gesagt, Confidence. Wir können nichts anderes außer Spaß haben, gewinnen oder verlieren. Es geht nicht anders. Sie werden nicht sterben. Okay? Spaß haben. Wichtig, Jungs. Genießt diese Zeit. Ich soll mich all wissen durchsuchen. Down Gap. Noch einer. Einer legt. 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 Nein! Einer legt. EinzBench! Geräte Colech! Rechts Action. In das Board zu schreiben. Pemptionche. Nein! Nein. Los geht es, Rieschel. Genau so. wahrscheinlich jetzt noch und auch ein ECO-Spiel. Genau geht es. Nein! Sehr gut. Jetzt geht es. Haltet weiter, Runde Jackie. Dein game habe ich den Spiel. Wir spielen super Mann, Alter. Ich spiele sehr gut, ja. Ja, das ist ein hohes Niveau, wirklich. Guck mal, wir zwingen sie in etwas, was sie nicht so oft gemacht haben. A, Conte bei 1,20. Was haben wir das denn mal gesehen bei denen? Gar nicht. Twist und einer rechts vorne. Komm her, ich jumpe. Ich bin da, ich bin da. Zeit, Zeit! Conte und Default! Die Strecke! Die Strecke! Die Strecke! Die Strecke! Die Strecke! Hast du vor Gap geflashtet? Ja. In Gap rein oder was? Nee, vor Gap halt. Okay, okay. Wir werden das auf jeden Fall versuchen zu erreichen. Wir haben es gesehen in der Vorbesprechung. Wir spielen genauso viel weiter, Josef. Den fixt du auf jeden Fall! Ja! Ja! Du schiffst, Alter. Egal. Oh! Nein! Josef, so wichtig, Bruder! So wichtig, Junge, Mann! So wichtig, dass du hinten fielst, Josef. Ja, Mann, Alter, so ein Kien. Denkst du nicht? Noch eine Abi hier? Gap! Ich gebe Grimmflash! 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 Nein! Smoky, links! Smoky, kommt! Molotis! Ey, du bist schon Junge, du bist mir insane! Genau, lieber Kielmann! Jungs, nicht so viel Geld! Tschüss, dann! Auf das Wort! Kiel, Satang! Nice! Sehr gut! Sehr gut! Wichtiger Kill, Mann! Überdrehen ist wichtig! Geht direkt los! Nice! Mach mal bitte Deep-Smoke, Karim. Ich fache so ein bisschen. Ich komme ein bisschen delayed, Jungs, okay? Nice! Wahnsinn! 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 Geil gespielt! Ach, schade, also. So ein geil gespielt, Mann! Die letzte Runde im Team, ey? Ja! Die letzte Runde im Team, ey? Die letzte Runde im Team, ey? Ja! Genauso einen guten Start erwischen wie gerade eben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ab der ersten Sekunde an, voll konzentriert sein, Leute, okay? Jede Runde hier ist wichtig. Wir haben es gerade gesehen, das kann in Overtime gehen. Deswegen zählt jede einzelne Runde. Egal wie viele Sekunden auf der Uhr sind, egal wie die Situation aussieht, 5 gegen 3, 3 gegen 4, wir können die Runden noch immer gewinnen, ja? Deswegen wirklich nicht abschalten, auch wenn ihr tot seid, nicht abschalten, mit dem Dead Talk. Koordiniert Flash, das koordiniert Utility. Koordiniert eure Spieler, okay? Hungrig für mehr sein, okay? Ganz wichtig, das ist noch nicht gewonnen. Wir brauchen so viele fucking Runden wie geht's. Ihr wisst selber, das ist eine fucking City-Sided-Map. Flash rüber! Ja, warte! Flash, komm! Beide vor Tempel! Ich stehe! Nice! Das ist vor Tempel! Nice! 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 Bommelik trinkt gut für dich, Tizzi. Den Füllen! Ja! Nicht, nicht! Jawoll! Schön, Jungs! Nice! Sauber, Tizzi! Nice! Nice! Schade, Mann! Alles gut, alles gut, das war super! Let's fucking go, boys! Kuck mal, die ficken wir! Zwei Runden noch! Alles geben, Mann! Let's go! City-Base-Arm-Optick! Jetzt kurz warte! Wir haben doch Schmidt den Killen! Nein, das kann nicht! Shadow, einer! Und Tempel! Nice, Schade! Das bleibt nicht! Tempel, das ist gut! Nächstes Tempel! Das bleibt nicht! Das bleibt! Das bleibt nicht! Da langs. Wir finden den Weg schon. Kommt, auf geht's. Bist du ready? Ich bin immer ready. Den Kindern eine Lektion zu erteilen. Auf jeden Fall. Auspassen, Josef! Kriegst du an? Dann musst du die Kamera halten. Halt aber es war auf Lockstand. Warte, muss ich auf den Bildschirm gucken? Naja, dass da ein Falle drauf ist. Kannst du das trinken? Nein! Garmin, bist du mehr jetzt schon leid, ja? Wow, Aufcam! Das war der Wind, der kam ja auch rechts rein. Hier, hier! Komm mit dir! Boah, schöner Schuss! Was für eine Bombe! Was für eine Parade! Wie würdest du deine Ausdauer raten, Karin? In was? Deine Ausdauer. Auf 10? Acht! Acht! Niki, wie war's? Nein? Es war ein Kurschpern! Nein, es war nicht so schlimm. Nein, es war nicht so schlimm. So, was wir jetzt haben! In das war die Wind. Oh, ja, was er. Oh, ja! Altsfödente? Oho, ja, da! Oh, ja! Vielen Dank.